Das sollen die Jungen machen. Genau, Jintu. 4, 3, 2, 1 198% mehr Schaden. Ach, du Kalle. An mir, ne? Oder an wie? Blöde ist es, die Welpen da nicht mit den 10en kann, ey. Spielen wir die jetzt hier, die 3, oder läufst du durch? Die 3 und da hinten die 3 noch. Diese Welblinge sehen alle, die nicht von meinem Blut sind, als Bedrohung. So, die auch noch, oder was? Ihr Blick durchdringt alles. Wenn sie euch in der Nähe sehen, werden die Kreaturen euch aus dem Gedälde entnehmen. Ich bin's, markiert! Digga, einfach umgefallen. Ein Cast abgekriegt, umgekippt. Bild. Ich kann grad nicht hin, die Dinger, die... Ja, 15, die dann vielleicht noch einzeln machen. Ja, wollte ich grad sagen. Ich hab den noch nie gesehen, dass wir mal zusammen gespielt. Aber da... ich spiel ja mit da drinnen. Du bist auf 12 und so, hab ich das gemacht. Achso, ich tu die immer mit reinziehen, damit nicht irgendein BP gar die Ding das... äh... spawnt. Ich war gestern immer... ...diesen Scheiß, äh... ...Wach vor die... geben. Da ist mich das, wo die Leute gekillt. Wenn die den Gas durchkriegen. Ich wollt... voll rein starten. Ich dachte mir, ne, wenn es einer stirbt, das Blut hat. Deshalb hab ich so schiss die Woche irgendwie. M-m-m. Zwischen zwei Dinger. Ho! Was gab's hier? Alter. Nicht drinstehen hier, wo man muss nicht drinstehen, dass du da stirbst. Da stirbst du auf jeder Stelle gefasst. Im Kreiste. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Äh, ich mein... Es wird schon dreimal meine rechte Maustaste ausgefallen. Seht das Chat, wenn ich mich so um mich herum drehe, drehe ich den Schar, weil wenn die Maustaste nicht geht, dann dreht sich Schar im Kreis. Was? Unterbrechen den Baum. Ja, vom Baum. Beachte deine Schritte. Kann ich ja nachher zeigen, ist noch drin. Was davon? Nichts rausgenommen. Sie begreifen nicht, mit welchen Mächten sie sich anlegen. Da ging es schon rein. Okay. Was? 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 Glück gehabt. Ich dachte, mein Schild fliegt jetzt auf den Scheiß drehen. Ja, der Captain America hat immer Kekse vorher gesagt zu mir. Ich hab ja mal Parler gespielt. Bei der... Das Schild immer fliegt, wie es will, ne? Ja. Bei der INI von... Den... Den... Den Drüden INI ist der. Wie heißt das? Ähm... Im Wald. Letztes Addon. Ja, ist diese Scheiße gut. Ah. Ja, genau. Und dann die INI. Da ist das Schild auch immer komisch geflogen. Ey, ich hab kein... Zum... Nein. Fuck. Ich bin im Blut, im Blut, im Blut, im Blut. Ich bin wohl gerade laufen und bin im Blut gestunt. Ach komm. Wieso ist denn der weggelaufen da vor mir? Warst du das nicht, Humops, oder was? Du hast doch Minus gehabt. Ne, 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 ne. Ich hab Dings... Bin direkt beim Heiler... Ich meins abgegeben. Was? Wieso gibt's nicht bei mir? Das ist nur gesehen, dass das vor mir weggelaufen ist, das Ding. Egal. Waren zwei schöne Keys, 12er und 13er. 15er ist jetzt nur... Nice to have to die Kiste, ne? Ja. Hey, ich hab mir nie geträumt, dass ich überhaupt 15er spiele in dem Äthern. Weil ich bin die... Doch. Ach. Das ist ja hier... Das ist halt schon... Schon sehr, sehr weit, finde ich, 15er. So meiner Meinung nach. Ich pflanzte es hier. Ein kleiner Garten von ihm. Aber über die Jahre ist der Garten verwildert. Ihr müsst ihn für mich... Beachte deine Schritte. Ich hab nicht gedacht, dass ich auch schon so früh jetzt 15er laufe. Aber... Das geht ja nicht. Wir haben jetzt auch nicht so... Also, das... Na, ich würde nur anfangen... Die Gruppe war übel. Beachte deine Schritte. Ja, wegen Interrupt. Ach, bis... Von Gewohnheit her, ne? Ja, ne? Die Zeit gepult. Beachte deine Schritte. Stimmt, ist auch noch verstärkt, ne? Mhm, deswegen. Fläche unter dir. Mülle Gewohnheit. Ah, vielleicht kommt jemand ein Schild. Beachte deine Schritte. So, du meinst für mich das Schild? Ich bin ja beides Schild tragen. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Ich hab heute schon 3... 2, 3, 2, 9, 2 Waffen bekommen. Beachte deine Schritte. Einmal ein Hand, einmal zwei Hand. Ich hab' ich auch gebraucht, hab' ich immer noch die ganze Zeit 93 Bischer Schild an. Äh, Waffe an. Es tropft einfach keine Waffe. Ich bin schlag, markiert. Beachte deine Schritte. Eieieieiei. Das ist der komische Black, hat sich vor den Klaren. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Beachte deine Schritte. Das war, dass bei uns immer so sch... mit der Buff kommt. Zack, eines... Der hat erst 1 Sekunden. Ist er weg. Weil sie direkt auslösen, ey. Ja, Mini kann man vorstellen, wenn man leider zusammen sind. Okay. Oh, der läuft nicht zu. Ich lauf weg. Und heiler. Ah. Entschuldigung. Du bist das. Mit dir um Zeit, was ist mit dir? Scheiße, es tut die Explosion weh. Auf 15. Bestimmt. Oh, letzte Woche in 10er oder 12er. Ist ähnlich wie 15er die Woche ohne Tyrannisch, oder? Ja. Die Mitte trefft man hier oder nicht? Die Elemente gehorchen dir. Flächenschaden gleich. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's dir an. Die Blut mir nicht, den kann ich dir erst dann. Hm. Ich mach's dir zum nächsten Tag. Ah, die ist dein setzen. Ich hab mal einen Blitz. Das Ding ist nie Ist dann noch nicht ready Und auch der DH hat geil Warum kommen bei mir 20 Die Elemente Gehorten hier So ein bisschen ausnutzen Das jetzt hier mit dem Die Idee kommt auch Äh, äh, nein, Heiler Lass mich Jetzt kannst du Ich muss jetzt vom Heiler weg und weg den Caster brechen weiss Dann gleich wieder hier Könnte nur eins dann Und wird den Schaden gleich Ja, nice Ja, okay, cool Hier entlang Ich habe ein Schild drin, Bastop Ich habe ein Set-Teil drin Und noch was Da In the Vault Bei mir wäre es halt ein vierer Set, ne? Wenn ich es nehmen würde Eine Augenweide, ja Aber ich weiß nicht Welche Auswirkungen sie auf eure sterbliche Form hat Aber ich dachte vielleicht nicht am Raid Im Teil Ich mache halt immer zuerst ein bisschen Raid Und dann ein bisschen im Plus Und dann schauen wir mal Ein bisschen Raid ist gut Aber wenn ich es sich angucke Am Raiden Hier am Raiden, da am Raiden Immer am Raiden Na klar Ein bisschen Zeit Ja Mit Mit Random ist halt schwierig, ne? Dann bist du halt 10 Stunden im Raid Und was kommt dabei heraus? Ja, ein Boss oder so, ne? Ist halt schwierig Letzte Woche mit 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 dem Shami 6 energy Fertig Mit der Hexe 8 energy Also 4 Und 2 HC Aber es 2 HC war halt den ganzen Tag Es war halt den ganzen Tag Die Elemente Gehorchen hier Das kann man auch brauchen Ihr habt eines meiner Bücher Der Transplantation entdeckt Ich habe mir empfehlen, falls wir zum letzten Boss kommen Und wir kriegen den Buff Da der Großteil der Verwaltung Wir machen ihn vor, wenn die Bücher fliegt Habe ich damit Eine sichere Transportmethode entwickelt Hat man ihn auch schon mal Ja Mhm Die waren einfach gerade hochgepottet worden Weil die Gesandt wurden in der Luft Durch diesen Buff Beachte deine Schritte Schlaf versetzt Schlaf versetzt Scheiße Ich habe hier Also bitter, du kickst ein und der andere versetzt sich dann in den Schlaf Oh, ok Boah leck Beachte deine Schritte Beachte deine Schritte Ich komme nicht mehr zu euch hin Ob ihr mal so ein Weg steht Also das ist schon Castor freundlich hier Ja genau Die Elemente Die Elemente Behorchen viele Fläche unter dir Fläche unter dir Bist du dir mit oder? Müsst du ja Ich bring das Tote mal raus Beachte deine Schritte Beachte deine Schritte Beachte deine Schritte Wenn jetzt der kleine in die falsche Richtung guckt sterb hier So was macht der? Na eh Na eh nach vorne Und der macht übelst damit Schwarzschutz Dem kann sie halt nicht ausweichen Ist der Ist der weit weg oder was? Ist egal wie weit du bist Weil du vor den Würsten kriegst du den Mist ab Oh Oh Fläche unter dir Die Elemente Gehorchen hier Beachte deine Schritte Nein 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 Wow 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 Alter wie viele Sachen Nicht bedingt nicht zu mir mit dem Boah To-do-do-do To-do-do 0,4% kaputt Ah Gott sei Dank er das noch kaputt Beachte deine Schritte Boah mir ist da jemand mit dem Kreis direkt in mich reingelaufen So ein Blödsinn Aber gut der konnte aber auch nur ausweichen nach hinten ne? Geh ja nicht anders Kannste nicht vorstellen Ja war zu viel auf einmal wieder War einfach zu viel Ehe Boah und der Weg jetzt echt Müssen wir über diese scheiß Drachlinge da Welblinge da auch noch vorbei? Der ist so undankbar der Weg hier Können wir nicht so viel hier vorne drauf laufen Ne mal laufen hin rum Dann machen wir die Pat zuerst Kriegen wir wieder zu viel Ach ne das ist ja auch noch einer Studiert mal bis wir da sind Studiert mal Boah ich musste gar nicht klicken auf geh weiter Geht automatisch weiter Ich hab den Weg aber Geht das direkt aktiviert zum Beispiel das Buch Kann sein dass ich auch hab Ich hab nicht gedrückt Ich bin einfach geflogen Die Dungeons hab ich einfach Die Dungeonsauber Verschaffen wir es Na schwarzer mein PC Mein PC Ausgefallen Mach dir deine Schritte Das kannst du dir Nicht vorstellen Monitor ausgefallen Ich bin nicht wieder da Ok 2.33 Uhr Erstmal Ja tu mal leid ich kann ja nichts machen Hast du ja vielleicht mitbekommen in der Zeit Alles gut Dass es immer ausfällt Und Und die Frage ist Warum jetzt? Was war jetzt anders so sonst? Du ich find den Fehler nicht von dem PC Das ist einfach ripp Ich find den Fehler nicht Ich arbeite dran Ich arbeite dran Die Schlimmen sind down Da komm ich gern wieder online Da komm ich gern wieder online Scheiße man So in Windows bin ich schon mal Jetzt kurz Windows hochfallen lassen Eine Sekunde Sofort WIW starten und rein Nein Ne ne Nicht immer im Plus Einfach auch so wenn der Rechner nichts macht Nicht immer im Plus Auch Auch zwischen im Plus Auch wenn ich nur da stehe Im Waldracken und so Das ist egal was ich mach Komplett random Letztes Mal Letztes Mal ist abgestürzt als ich ähm Browser aufgemacht habe Eine Seite aufgerufen habe Abgestürzt Da hab ich auch nicht viel gemacht So Mach ein Jetzt hat der ganze Settings wieder weg Der H will sterben Ich hab heute Prime 95 laufen lassen So mehrere Stunden Und Firmark auch mehrere Stunden Das tut alles auf 100% aus Das ist krass man Firmark So hat der Graf gar nicht anheizt Aber über 70 ging es eh nicht So ich bin wieder da Komm 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 Boah jetzt muss ich echt von dem Boss hier laufen So Seid's denn noch an der ersten Plattform oder was? Ne Wir sind gerade oder? Okay Das muss ich auf diese scheiß Werblinge warten Jaja das Buch wird bei mir auch automatisch angeklebt Also ich drück noch das Buch drauf Sogar bevor das auftaucht das Ding Nein nicht Oha okay Ich bin noch nie Ich bin noch nie des Buches Habe ich schon Habe ich schon gemacht Habe ich schon für 5 Stunden Es war dann 5 Stunden dabei wo ich gesagt habe TG Habe ich schon Läuft ohne Probleme 5 Stunden Das geht easy Das geht easy Prime95 Heaven Firmark Endcode Decode Alles 20 Videos gleichzeitig Das interessiert den PZ nicht Das geht einfach alles Ist auch außerhalb WoW Das hat nichts mit WoW zu tun Was auch außerhalb WoW Das ist auch außerhalb WoW Heute 1441 lief WoW nicht wirst du das? ich kann es da nicht eingrenzen aber ich sage trotzdem zu 90% Grafikkarte weil es fällt ja wirklich die Dinge aus die Monitore es fallen nur die Monitore aus auf denen die Grafikkarte und gesteckt ist das ist richtig cool dann auf das das ist richtig cool dann auf das Die machen das oft, diese scheiß Schlafdinge. Das ist so krass, aber Wahnsinn. Kommst du nicht hinterher mit Unterbrechen? Ich kann nichts wieder machen. Die Elemente gehorchen mir. Das ist eigentlich ein Minus. Alle sind unter 11. Ich bin schon vorbei. Okay krass, das Ding geht gar nicht mehr auf. Das hat jetzt genau zwölf Stunden gehalten. 14.21 Uhr war es. Genau, exakt zwölf Stunden. Wenn ihr im Lockschauen. So seltsam. Manchmal ist es auch genau eine Stunde. Gehst du dir auch, hä? So mächtig. Alles für mich. Der Herr hat hingesprungen. Wer hat das dazu, mir kommt, ne? Ich bringe da irgendwo noch hin. Das ist vom einfachsten, wenn ihr zweites und solche Ausmaßnahmen. Kommt eh dazu, ne? Beachte deine Schritte. Na. Oha, ich bin gestunt. Ich bin gestunt. Wieso, wieso? Wieso ist keiner mehr da, wenn er hier ist? Nö. Ja, wie nicht? Der Termin, oder wie? Na doch. Ja, ich bleib aber jetzt liegen mit dir schon an der Letzten, oder? Nehmen wir nochmal auf. Sch �ere. Na ja, wir machen hier. Wir machen hier. Auch hier. Das ist aber kein Fehler oder sowas jetzt, überhaupt nichts. Kein Fehler. 2,37 hier, also das ist egal. Ne, ist kein Kitscher Fehler, nichts. Nur ein paar Warnungen. Weiß ich nicht, ey. Hier, 14 Uhr, 31 und 30 Sekunden war es. 14 und 30 Sekunden, das andere ist... 33, danke. Das Schild wegmachen? Ja. Okay, jetzt ist es. Aber ich meine nochmal so 10 Item Level mehr oder so. Ist das ja auch einfach, oder? Klar, wenn du viel Rastet hast und 400er Gier, dann raschst du hier durch, Alter. Platzt alles weg. Sauber spielen muss natürlich trotzdem noch. Leider. Durch Bitzschlag! Nach der Hand! Verste deine Schütze nicht! Negativ! Beachte deine Schütze! Beachte deine Schütze! Beachte deine Schütze! Das blöde Gekite! Ja, das hasse ich auch. Der Boss wird auch wild, ey. Boah, mit den Kuckäzen so. Ja, das ist schnell. Muss nur ganz weit hinten stehen. Wenn ich ihn gut dodgen, ein bisschen Gas vorne stehe, dann kannst du ihn kürzen. Beachte deine Schütze! Beachte deine Schütze! Beachte deine Schütze! Schau mal, Shit, wenn ich hier Tab drücke, dass ich den Post anvisiere. Dann klicke ich mit der Maus dann. Beachte deine Schütze! Die Elemente! Gehorchen wir! Um sich jetzt zu gehen! Ne, um sich jetzt zu gehen! Stimmt, stimmt, stimmt. Hast du auf jeden Fall nicht. Der weiß, wie wir da rumlaufen und kiten müssen. Äh! Keine Ahnung. Brauchst, was wir nach hinten gehen. Oha! Der war, war grad direkt. Ja, der ist in der Kurs. Geht das richtig schön. Du hast das auch gemacht. Ich mach nochmal. Mir passiert nichts, oder? Ich hab ja keinen Cooldandro. Nein, nein, nein! Nein! Alles ich! Erlebe ich sie! Schreddern! Ich bin die erste Mann. Achter, unterbrechst du! Jupp, ausreichend! Gott! Du musst! Ich hab mich umgedreht. So, add, 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 add! Unterbrechen! Fasenwechsel! Oder? Nein, ich klicke die anderen an, jetzt glaube ich. Nein, nein! Durch Blitzschlag! Radiant! Positiv! Nice! Positiv! Noch eins ist noch ein Sonny, oder? Nee. Das war aber auch knapp. Scheiss, Vokane. Schon wieder? Ich mach nur Ads. Ich hab keine Ahnung, auf euch da. Zu früh! Ja, das ist nicht so cool mit Laufen hier. 3 Sekunden. Ja, genau. Gehen wir zum nächsten. Geht das sogar die letzte Menge rein? Ach, da ist noch nichts. Weg? Ja, Gottes Willen. Ich erledige sie. Schon wieder Ads. Komm, komm mal. Achtung auf Kicken. Google Zeug. Kann nicht, muss jemand unterbrechen? Ich kann nächste mal. Warte mal, warte mal. Hast du noch ein Ads? Nein, das ist auch so ein Scheiße. Achtung auf Google. Wir tun einen Cooldown. Ich hab's. Ich steh nicht auf, oder? Soll ich auch stehen? Nee, viel Fahrzeug. Du kickst das, äh, der Kass ist jetzt nochmals. Kann ja nicht sein, Alter. Soll ich aufstehen? Warte. Nach der Phase vielleicht. Okay. Wenn ihr das schafft. Du hast ja auch deine... Deine heilige Dings da. Du brauchst noch Wings, ja. Die Elemente gehorchen mir. Ang, ang, ang. Dann schafft ihr das noch. Wenn das Ende zeigt. Die Kugel ist jetzt hier. Ich darf hier nicht an, weil eine Kugel da ist. Ich muss mich halt erstmal heilen, weil ich mich ganz lobe. Ich erledige sie. Schreddern. Eine auf die Kugel. Ich erlebe aber meine Schätze. Doch. Ja, so first try. Was soll ich sagen? Ja, ne? War kein Vibe. War kein Vibe. Okay. Die Splitterflammen müssen dort sein. Okay. Ah, ich find's okay. Das ist, das ist echt cool so. Der erste 15er. Finde ich, sollte so laufen. Wird man, wird man so abgehoben. Ja. Ja, abgehoben. Ja. Wir werden eh schnell genug abgehoben. Und wir wieder. Haha. So. Ich freu mich um jeder größere Mob, wenn wir jetzt schaffen. Irgendwie. Keine Ahnung, das ist richtig. Richtig. Erfolgserlebnis. Ja, ist das echt so. Hier im größeren. Woll. Die Elemente. Die Elemente. Die Elemente. Die Elemente. Wenn er wegspricht, dann ist mein Kettenwitz. Dann kriegt er wieder am Arsch. Come on. Schöner 14er. Noch gut. Würde ich feiern. Dann beide das Trinket kriegen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das noch brauche. Also ich nur. Ich brauche noch. Aber auch, oder? Das tut sich bestimmt besser, das andere. Fläche unter dir. Ja klar auf mir. Ja. Warte, ich bin jetzt ein Blitz und ein Antifress. Oder ein Arschloch jetzt hier. Jetzt von hinten. Direkt ein Blitzesau. Aber ganz tief rein. Es ist kein Licht mehr. Aber vielleicht wieder truff. Hat er kaum. Ich hab noch mehr Blitze. Kein Problem. Die Blitzding sind halt. Schon wieder. Oh, und hinten rein. Brauch Minus nicht. Don't run away. Sind das schon wieder hier. Was ist das jetzt? Da ist ein Tyrells. 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 Da ist ein Trinkerer. Da ist ein Trinkerer. Ja, das ist der DH. Das ist eine Fähigkeit von BH. Wenn der ihn kaputt macht, kriegt dann was. Ach so. Wenn der ihn kaputt macht, kriegt dann was. Der muss gegen dich kämpfen. Mhm. Scheiße. Boah, es war ein Prozent. Da taucht die Teufelswache auf und blitzen. Entschuldigung. Ja. Richtig. Fläche unter dir. Du weißt, das hier dauert ja auch lange. Die harte sind die Wache. Mhm. Ich hab da vorhin gesehen, noch zwölf Minuten nach dem Easy. Aber bei 50% Trash Selfie ist halt schon ein bisschen übel. Ich lieg schon wieder. Die Elemente gehorchen mir. Ja, ist doch gut jetzt. Wir kennen ihn schon. So. Fläche unter dir. Wollen wir noch mehr, ne? Ja, die geben, glaub ich, nur ein Prozent da. Ach so. Jetzt lass ich schon wieder. Fläche unter dir. Jawohl. Ich hab am Springen gehindert. Drecksau. Du tust das Totem stellen und dann wartest, bis es halt hoch geht. In der Zeit springt das schon wieder weg. Die Elemente. Gehorchen. Gehorchen. Ja. Ja. In der Luft. Fläche unter dir. Oh fuck. Fläche unter dir. Ja. Ich bin ja gespannt mit dem Eisgelenk. Deine Arbeit. Ta. Ja. 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 So, zwei Stunden später hängen wir immer noch da, das ist Wahnsinn, die, die, Wahnsinn. Ah ja, da kommen wir ja KR, ja, machen wir Doppel-Kr. Machen wir hier KR und unten KR, ja. Na klar, fünf Minuten. Ja, da verbrauchen wir eh bei dem Boss. Okay, passt. Hat sie euch geschickt? Genug! Keine Bewegung! Rauslassen! Fläche unter dir! Ihre Geheimnisse gehören mir! Das war irgendwie wirklich abgeliegend. Machen wir mal im Flur am Rand hin, die Wurbel. Ich geh noch da an die Ente. Okay. Boah. Was sogar hier, was das da abzieht. Eiskalt! Rauslaufen! Fläche unter dir! Rauslaufen! Fläche unter dir! Brauch! Ihr werdet bezahlen! Oh! 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 Das ist, äh... Die ist nicht so geil! Ich geh wieder zurück! Rauslassen! 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 Zurück! Oh! Oh! Eiskalt! Rauslassen! Die Elemente! Gehorchen mir! Fläche unter dir! Ihre Geheimnisse gehören mir! Fingesst! Wir sind hier ab, entladen und dann da schon rein. Ich finde das ein schöner Kampf eigentlich. Jetzt kommt der DH bis nach ganz hinten, wenn der Tod ist. Vorhin, weil das nur vorher, vorhin abgeliefert. So, genau resetten. Wir machen nach 2 Minuten, können wir dann. 1,50 Kohler. So. Der ist auch nochmal, ne? Okay. Ach, wieder ein Drache. Bisschen um der Ecken oder... Da unten bleiben. Was? Erst noch ein bisschen rankommen. Ich zieh die Nähe hoch. Okay, ich komm da ran, wenn... Ich versuche in der Mitte als Raum so ein bisschen zu bleiben. Wegen... Ja, da seid drin dann. Spikes. Mein Schmerz ist euer. Was ist das mit dem... Schockfälle. Zersplittert. Das ist doch vom Vorkämpfe da, wenn du da hängst. Das taugt wieder mehr da auch, oder was? Ne, aber diese Kugel, die da rumschwirren, die kommen hier nicht hoch. Also zu 90% kommen hier nicht hoch. Kann man sonst eine hier hochkommt? Haben da diese... diese Kante und da kommen die meistens nicht hoch. Da diese kommt scheiße Kugel da. Rückschluss. Bleib zurück! Bleib zurück! Rückschluss. Bleib zurück! Bleib zurück! Faktur. Bleib hoch einer. Ja, ne. Mach bei dem nächsten Fraktur ein Kr. Scheiße. Boah, es darf keine hochgehen. Scheiße. Ja gut, ich spare mal meine Blitzdings auf. Kannst du, dass das mal zum Problem ist. Nein, ich werde nicht gehen! Die... Ich bin unkontrollierbar! Hoch erfreit. Okay, die Kugel kam jetzt doch hoch. Wahrscheinlich, weil die alle tot waren. Kann sagen, ja. Gut, dann spare ich meinen Blitzdings für die... für die Frakturen doch auf. Oh! Ich hab mich einfach hier... ...hingesetzt. Zum ersten Mal. Da tauchte vorher auf. Boah! Ich muss jetzt mal Waffendingen... ganska voll blind. Da ist es. Gleichständig gefunden. Mein Schmerz ist euer Sieg 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 Ich weiß nicht, ob der der weiß, wenn er steht, dass er keinen Dieb aufkriegt So schnell wie der Gantor und Antor seinen 10 Stacks voll hat Mein Schmerz ist euer Nein, ich werde nicht gehen Ich komme nicht mehr hin zu dem Hinten noch eine Fraktur Der helft Ich glaube, die CD ist gut getimed, ich habe mir alle vier Fraktur aufgehoben Ist nicht so geil Die Elemente Gehorchen mir Ich brauche hier Ich brauche hier Diese verhurten Kugeln da Ich konnte nicht aufladen, mein Ding Und dann bleibe ich kurz den Abend durch zu casten Und dann Was soll ich machen? Ich muss doch casten Ich habe zu jedem Fraktur-Ding fast immer mein Blitz-Über-Blitz-Dings ready Aber wenn ich das nicht casten darf Offenbar sind die Das ist doch beschissen so Ich musste erstmal so blöd da hinlaufen zum Entladen Und dann war ich da gefangen zwischen acht Kugeln, ey Ach nö, nicht kurz Klo Mach doch den Scheiß zu Ende, dann können wir alle aufs Klo Was ist denn jetzt? Ich hasse sowas Was ist denn? Mach doch die Scheiße zu Ende Digga Wird so rausgehen, wenn es nicht der 15er ist Gar kein Bock auf sowas Oh, geile Zahlen-Bass-Dopper Ja, natürlich ist er weg Aber die Zeit läuft ja trotzdem Du kannst du nicht mehr durchführen Ja, was ist? Ja, was ist? Ja, das ist denn? 1.08 kam vorausche aber Ich klage zu dir es auf die Scheibe Ah, ist da rechtbar, ist davon Die Elemente gehorchen mir Ich muss mal kurz entladen Lieber jetzt noch zu machen Mein Schmerz ist da, ja Da rückst du Traktur kam vorausche, wir haben es ready Uh, fertig Was erwischt Mein Schmerz ist euer Die Elemente gehorchen mir Okay, ich muss mal mein Witzdienst Was ist denn das Buch? Gut, alle hier schnell laufen Fragst du, wie sieht aus mit CDs? Ja, habe ich alles ready, wenn das kommt Ich verpasse mich rein Ja, du blöderes Frakturding Geblitztdings habe ich deine Frä... Was ist meine? Einfach vernichtet habe ich die Rede nicht so mit den NPCs Entschuldigung Was ist denn das Buch? Können wir wieder laufen? Ah, danke Ich bin Schlag Matthias Negativ Die PS Hardguns Time is running out Yes We got it We got it We got it First trying Gedanken Null Punkte Na klar Wie geil ist das denn? Same Nichts Nichts Und Was hat er noch mit ihr herumgepfuscht? Oha Für mich auch nichts Wenn es schon zwei getroppt sind Könnten wir das Wachstum nicht mehr stoppen Okay Ich habe ihnen Stasis eingeschlossen Bis ich ein Heilmittel finde